Hallo und herzlich willkommen zu The Elder Garming Door Enderall Finerale und wir seien wieder in Enderall, wir seien wieder auf unserem neuen Safe Game da und unsere letzte Aufgabe war jetzt dann ja, wenn wir auf die Map schauen, dort zum Rand hin zu fliegen und das ist direkt neben dem Mirrored Tower an der Hardlands Border, das heißt wir wollten da mit dem Mirrored hinfliegen, um unser Fast Travel da ein bisschen auszunutzen, aber Fast Travel ist eben nicht aktiviert in dem Overhaul Mod, was ich irgendwie komisch finde und irgendwo gut, weil es ist also so, naja, den Knowledge Ding, da haben wir aber schon gelernt. So, wir wollten zur Hardlands Border, da wollen wir hin. Ich wollte nur den Knowledge Punkt nochmal klicken, weil scheinbar verschwinden die nicht aus Konversationen, wenn man sie schon gehabt hat, aber naja, wie bei NPCs, man kann sie immer wieder und immer wieder und immer wieder fragen. Aber so, jetzt sind wir an der Hardlands Border, das sind nachher die zwei Novizen, mit denen können wir nachher jetzt die ein oder andere Kleinigkeiten machen müssen. So, und wenn wir da jetzt nachher mit denen die Aufgabe da bestehen, dann sind wir in dem Orden drin und dann sind wir der Prophet oder sowas im Orden gewesen. Ich hab's schon wieder vergessen, dammit. So, aber da sind wir schon mal bei Mirad Tower. Da ist unser Mirad, das ist eine Kiste. A Secure Chest, okay. Was ist da oben? Man muss ja neugierig sein in die Spiele. Teleport to Arc, nehmen wir. Und Baked Potato sind wir auch mit. Volle HP haben wir gerade. Und den Mirad Keeper habe ich jetzt zuerst überhaupt nicht gesehen, aber ist egal. Yes. Grandmaster Aranthiel, okay. Oh, yes. Du bist der Prodigie. Hm. Ich erwartet etwas anderes. Ja, ja, das sagen sie immer. Ich hoffe, dass du dich bewusst bist, was du dir selbst in dennoch bekommst. Unsere Novizen haben seit Jahren für dieses Trial trainiert, und so viel wie auch noch Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. In Fall ist es gefährlich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin. Ja. Ich bin. Ich bin. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. The others will scream for joy. Gib mir das Paket, das Grandmaster dir gab, und sag hallo zu deinen neuen Comrades. Ich muss etwas vorbereiten. Was? Oh, hallo. Du bist unsere Unexpected Edition, nicht wahr? Der Prodigy? Es ist, eigentlich. Ich bin Kalia Sarkarisch. Auf meinem Weg bin ich ein Novus und Aspirant zur ersten SIGIL. Ich habe gesagt, was du in der alten Rationgrad getan hast, dass du die Excavationen schaffst und die Mercenariere alle auf eurem eigenen. Das ist nicht ganz. Du hast meinen Respekt dafür. Ja, das erste trifft es schon ganz gut. Ich habe nicht die Excavationen schaffst, aber die Leute aus unserer Ordnung waren bereits tot. Es war nicht so viel eine Entscheidung. Diesen Tag scheint ich in die Probleme zu kommen, woher ich gehe. Vielleicht, ja. Manchmal ist der Tod die einzige logische Konsequenz unserer Aktionen. Aber du wirst, ich bin wirklich interessiert, was die Mercenariere zu tun haben. Einige, die bereitstehen, die die Heilige Ordnung zu attacken, ist entweder extrem kraftvoll oder extrem naiv. Insofern, es war eine Ehre, dich in person zu treffen. Wir reden später. Okay. Einmal. Hallo Wachtel. Die chillt einfach dazwischen uns. So, reden wir mit dir noch. Ich will es nicht hören. Du bist stolz. Ich will es nicht hören. Es will einfach nicht hören. Es ist nur ein Heretiker. Ja, ja. Sie ist mir sympathisch. Ihr Hilfe. All right. Enough of the chatter. Come here. Here. These Potions will be necessary later. So be careful with them. Apart from that, it's still a few miles to the ritual place. Wenn man ihn so anschaut, er schaut aus wie der bärtige Typ aus Skull of Tuesday. Die Okay. Okay. Also in case you're thinking about exploring further take some magical protection and some ambrosia with you You receive a permanent bonus of your skills a bonus, which can get stronger when you get more knowledge cool Good stay close to me So we're gonna close this moment ten knowledge even Mehr von dem sector somewhere Okay Okay, I get flashbacks when I'm in the thing I'm going I've read a lot about it, but never actually seen it Poor thing My brothers and I have seen the border countless many times before Get ready My brothers and I have no armor Ah, the komischen Keper aus Morrowind worden die, oder? Ja, ich glaub, obwohl ich bin mir jetzt nicht sicher ob sie mich den Ding auch geben hat Okay, five learning points, three crafting points, one memory point, ich hab wieder level up gehabt, sehr schön Vor allem das Ding hat jetzt ordentlich xp gebraucht, ich bin 200 xp drüber geschossen So, was hätte ich jetzt lieber? Mana, ich will kein Caster werden, weil Caster war nie so cool, obwohl das ein scheinbar recht starkes Belserin, aber ich will trotzdem kein Caster werden Nehme Stamina So, dann weiter mit dir More of them Mwah 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 Okay, ich geh wispern. Äh... Ich geh schleichen, nicht wispern. Verlauter Whispering Forest. Der wirkt irgendwie mad. Sie ist mit mir jetzt. Für immer. Kirosh! Was? Du da? Wer bist du? Und was machst du hier? Sie ist mit mir jetzt. Für immer. Was bist du, Death? Identifiere dich selbst. Seine Augen. Master, das ist die Red Madness. Shit. Natürlich. Du wirst das Pickaxe jetzt weg, mein Herr. Und dann auf deine Knie. Sie wollte es weg. Du verstehst du? Und... Die ist die Blut-Rex-Naman. Nein. Die ist die Blut-Rex-Naman. Und dass ein Apothecary... ...much. ...ein Kaffee, mit dem Blut. für eine lebendige Patient! Das? Du bist nicht fair, Master. Ich... Ich war nur für uns beschädigt. Wie du hast! Du bist wie ein Idiot! Und nicht für den ersten Mal! Die anderen Mastern können diesen Faktor nicht ignorieren, wegen de deine religiöse Commitment und deine Bloodline. Ich verstehe das. Aber wenn etwas wie das wieder passiert, du wirst von den Rechten und du wirst den restlichen Leben verletzt, in der Sanctum verletzt. Ich mache mir selbst klarer. Er versucht wirklich zu retten, Master. Ich mache mir selbst klarer! Du machst, Master. Und ich bebege dir die Entschuldigung für meine Offenheit. Entschuldigung. Jetzt gehen wir weiter. Wir werden das Körper nach dem Ritual abnehmen. Du bist okay? Nur schau es! Uh, was steht da? Was schau mich so an? Du bist der, was das Gott scheiße gebaut hat. Ach, die Anfänger. Hier ist es. Der erste Fotthold. Dies ist, wo Malfus' Vassal ihre erste Kampen errichteten. Also schau dich selbst entsprechend. Du auch, Prodigy. Was ist Hetz? Äh... Äh... Wir wissen das schon. 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 Wir wissen das schon schon lange, aber noch nicht die commoner Menschen. Aber seitdem die zwei, die drei von Ihnen wollen, die den Trennung nehmen, noch keine Möglichkeit, die Wahrheit zu verletzen. Aber wie kann ein Gott sterben? Äh... Es gab eine Propheze, so alt wie die Lichter, die sich selbst geboren, in der da gab es einen Schattel-Gott, der die Zeit der Götter enden würde. Und... es kam wirklich. Ich bin sorry. Okay. Du bist sorry. Du sagst uns, dass die Götter getötet wurden. Und du bist sorry. Was ist nächstes? Dass morgen der Sonne stoppen wird? Hetz' halt dein Zunge im Zaum. Das ist ein Test. Master. Es ist, nicht es? Ein Test unserer Hoffnung. Nein. Die Lichter sind tot. Aber... schwer wie es sein kann, zu akzeptieren. Wir? Wer sind wir? Wir... Die Ordnung des Gottes. Malphys' Ordnung wurde um die Lichter zu retten. Und was du sagst, diese Blasphemie ist wahr. Dann sind wir sinnvoll. Wir haben fail. Du siehst das? Okay. Er fliegt aus. Er wird später Boss werden. Sie gehört schon. Nein. Ich kann es nicht glauben. Und obwohl ich nicht gesehen habe, du wirst mit meiner Verwaltung leben. 3. Vers 137. Ich weiß, dass es schwierig ist, Dunmar, aber wenn das wahr ist, wir müssen die Kraft zeigen und weiter glauben, in dem die Lichter standen. Das ist die Idee von Frieden und... Oh, just shut your mouth, Zacharesch. If anything, you lowborn scum are living proof that the order is going downhill. Do you really think, I don't know about the village? You're a damned witch and if this were the old times, you would have been crucified long time ago. You don't mean that, Dunmar. Drop it, for heavens sake. We're all on the same side here. No, we are not. This wench doesn't have any right to wear the white robes. And if you would spend more time with the holy scriptures instead of your brandy bottle, you would see it as well. Okay, jetzt gehst zu weit. Shut up. I swear to you, one more word and you will wish that I just suspended you. But, no buts. Do you understand? Yes. I hope so, for your sake. Just be glad that this is a time when we need skilled majors more than ever. Just be glad. Now enough of this. Our demeanor defiles this sacred place. There will be enough time for depression and personal crisis after the trial. Let's... I'm just going to go ahead. I have to go ahead. I have to go ahead. Yeah, I have to go ahead. Everybody is having a good idea. Yeah, See you, we are going ahead. Wenn er nicht ultra viel stärker ist wie ich und dann, ja. Und drittens, er ist einfach ein Arschloch durch und durch und will sich nicht eingliedern. Was hat er in einer Order verloren? Außer einer von den untersten Footmen zu sein, den man als erstes in den Gegner hineinschickt, um dann raufzugehen. Einfach nur um zu schauen, was der kann. Das ist gerade so meine Idee dahinter. Aber schauen wir mal, was jetzt weiterkommt. Okay. Okay. Strange Potion removed. Okay, was kommt jetzt? Ich muss auf alle Fälle jetzt am Anfang mal meditieren. Schauen wir mal, ob ich das kann. Weil ich will natürlich meine Learning Points und so weiter einmal verwenden. Wieder. Oder meine Memory Points. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich wusste, dass ich nicht die letzte Person sein würde. Die Eltern erzählen dir die Geschichte über den Keeper? Ich habe dich in eine Verwaltung, die du in eine Verwaltung, die du wissen hast. Und du hast es verloren, weil du so arrogant bist. Just wie ich bin. Wie ich war. Stimmt, eigentlich your weining illusion. I expected a little more. Das ist schon okay. I know I'm not real. At least not according to your definition of the word. But then again, what is reality anyway? Okay, now it's deep. You don't want to be dead. Therefore your mind will do anything to make you believe this entire dream you've had was and is reality. Doesn't it? Tell me, what is time to the dead and dreaming anyway? The last second before the water floods into your lungs. The very last instant before it tears them apart. In your mind, it could be an eternity. Maybe. The earth created sanctuary, built from nothing but your wishes. But what's the point in talking anyway? You don't want to believe me. I'm tired of trying to make you. Now leave me alone. What? They haven't told you about him? Oh, that's so typical. The suppressor. He's the reason why we will be imprisoned here forever. And why we can't access our feelings and wishes. And he does it. Because he wants us to lose hope. To stop believing. And you know, sometimes I wonder if that's exactly what we humans are. What I have to do to finally be free. Give up. Detach myself from the dreams of the past. Who knows if there were anything else than Phantasms to begin with. No, 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 yet. It's too early to surrender. And isn't that what makes us human anyway? To hope? And to just keep on waiting for that one miracle that will end the pain once and for all? Maybe. Maybe. Yeah, I'll wait. And you will wait with me forever. What the? How did you do that? I wish I knew. You... you simply opened it? But that's impossible. All these years it's kept me from escaping and you just... Oh. I don't have my direction. Oh. Okay. Das ist der natürliche Anfang. Oh, du Pfeil und Bogen auf der anderen Seite. Gib mir das. Okay. 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 Ich hätte vielleicht zwischendurch speichern sollen. Wenn ich jetzt am Anfang von dem Ding rauskomme, dann kann ich jetzt die Konversation gleich durchdrucken. Es ist depressiv als hell. Ich bin hier, mein Herr. Bitte, nur einen kleinen Pfennig. Huh? Kann ich dir helfen? Das ist jetzt das längste. Vor allem eigentlich ist nach jedem Travel immer ein Autosave gewesen. Okay, jetzt haben wir nochmal ein Ladescreen. Ich hätte mir jetzt muten sollen, verdammt. Entschuldigung. Ich habe eh nochmal husten müssen. Das ist schlimm, das Ganze. Trotzdem will ich da oben noch die Portal Scroll to Arc haben. Und die Potatoes. Weil immerhin habe ich das Zeug mitgenommen, deswegen will ich es erkalten. Und jetzt könnte ich wirklich viele Konversationen durchdrucken. Ich hoffe, dass du... Ich hoffe, dass du... In anderen Worten... Es wird gefährlich sein. Be aware of... ...House. Ich bin jetzt die Committee, die Großkarte hat uns, dass du dich. Und ich sage dir, dass du dich am neuen Freund. Ich muss etwas machen machen. Was? Du bist unsere... Eine Selbstbedingung, nicht du? Ich bin die Kalias. Ich bin die Kalias. Ich bin eine Verwärterung, nicht du? Ich bin die Kalias. Ich bin die Ereignisse. Du hast meine Respekt? No, es ist ein Ehre, dass du dich in person zu treffen. Let's talk later. I don't want it. You'll prattle it as you wish princess So All right, enough of the chatter come here. Let's make sure and save So yeah, these potions will be necessary later. So be careful with them Apart from that it's still a few miles to the ritual place As you're all gifted with magic, the spores in the forest ahead will make you a little dizzy, but we don't stay for long. Any questions? So It's your thinking. Good stay close to me Okay, we have got 655 xp or ep And My brother Be careful You will be ashamed Okay, I will be back here I will be back here Good Now we have got to know Now we have got 200 xp So, 200 EP bringt einer von denen. Das ist ziemlich, ziemlich viel. So, dann nehmen wir wieder Stamina. Nehmen wir unseren Old Arrow. Ah, und du, er steht jetzt im Wald versteckt. Okay. Ja, lass deine Schützlinge ein bisschen fighten. Jetzt lauf weiter in die richtige Richtung. Okay, steht jetzt verpackt oder... Hm. Ja, Kim, lauf mir doch bitte genau vor Pfeil und Bogen eine. Was? Das ist alles, was du hast? Oh, ich bin zu alt für das. Wieder 200 EP. 1000 auf 100 brauchen wir jetzt aufs nächste Level. Verdammt. Lauf. Lauf schneller. Willst du das sehen? Ja, dieser Mann. Was macht er? Er sollte hier sein. Das nächste Mal wird am Anfang ein bisschen was wiederholt. Nur, es wird dann sicherlich interessant werden, was wir dann später in dem Ganzen noch mit uns mitziehen. Also, was da noch alles passieren wird. Deswegen machen wir da auch ein Safe. Ich sag, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und das war's schon wieder von dein Kamerale. Ciao, ciao.